Gut, ja, ich bedanke mich sehr bei Ihnen, meine Damen und Herren. Unsere Experten sind so freundlich, noch bis Mitternacht an den Telefonen zu sein. Ich darf noch einmal sagen, es geht um sexuell übertragbare Krankheiten, selbstverständlich auch im HIV dazu. Die Telefonate werden nirgends irgendwo registriert, es bleiben vollkommen anonym, wie Sie das ja bei uns gewohnt sind. Dann darf ich Ihnen noch sagen, dass unsere nächste Sendung am 26. September ist. In dieser Sendung haben wir einige Schwerpunkte. Es geht am 26. September um Stoffwechselkrankheiten, vor allem um Übergewicht und die damit verbundenen Krankheiten. Dann geht es um ambulantes Operieren. Wer ist dafür geeignet? Wann ist es günstig, ambulant zu operieren? Wann muss man in die Klinik gehen? Und außerdem haben wir noch eine sehr effektive Medikamentenkontrolle bei psychischen Krankheiten hier vorzustellen. Wie gesagt, nächstes Medizinmagazin am 26. September, wieder um die gleiche Zeit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und ich darf jetzt die Gäste hier bitten, dass Sie weiterhin Ihre Fragen an den Telefon beantworten. Guten Abend. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Gäste. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020